Hey Leute, willkommen zurück bei Arcania aka Gothic 4 aka das beste Gothic. Letztes Mal waren wir bei Sardas. Und der hätte zu einer Stadt geschickt, wo noch ein Teil von dem Omelette Schläfers sein soll, was wohl nötig ist, um den Wahnsinn des Königs aufzuhalten und die Welt zu retten. Weil das als irgendwie eine Art Leine für einen Dämon fungiert, der jetzt die Welt herrschaft will. Und hier ist dunkles Erz. Auch interessant. Wir hatten Sternenerz bis jetzt, magisches Erz, jetzt haben wir dunkles Erz. Und sobald ich bin in einem scheiß Höhlen-System. Obwohl wir nochmal zu Sardas zurück müssen. Vor allem, dass wir weder mit Diego noch mit dem König richtig über Sardas quatschen konnten, fand ich voll schade. Weil wir dadurch gar nicht wissen, ob die wirklich cool mit dem sind. Brennender Wächter. Ja gut, brennt der jetzt eigentlich nicht. Fällt mich aus dem Maul. Oh Gott. Oh, Spam. Wir konnten ein bisschen essen. Ich hätte nicht mehr totschlagen sollen, dann essen Spam. Naja. So, schöne Bandage. Noch eine Bandage und looten. Oh, die geben sogar mal wieder. Was ist denn das denn der dabei gehabt? Was ist das? Essenz des Schmerzes. Okay. Die, die sollte man sich bestimmt in die Hosentasche packen. Das ist richtig gut. Die Frage ist, wo lang muss ich hier jetzt genau? Hier ist auf jeden Fall ein Feuer-Golem. Bitte wirf keinen Stein. Perfekt. Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Und er haut mich um. Drauf da, drauf da, drauf da. Er ist stuck. Ja, ich liebe diese Waffe. Diese Funktion ist echt prima. So, heilen während wir aufstehen und drauf da. Und er ist wieder stuck. Das sieht auch cool aus einfach, wenn sie stuck sind. Und, aber diese Golems, die halten halt immer echt scheiße viel aus. Von mir jetzt isst und drauf da. Also ohne Essen wäre da echt eine Mühe, weil da müssen wir die ganze Zeit vorhin wegrollen. Mit Essen machbar. Und vor allem, wenn das stuck ist. So, 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 so. Und, drauf. Der haut mich wieder um. Und wir gehen wieder drauf. So, jetzt aber. Geht doch. Oh, ein paar schöne Erzchen. Ich frage, wo lang müssen wir jetzt überhaupt? Woen kommt man da hinten in drei Richtungen abbiegen? Hier sind jetzt wieder zwei neue Richtungen. Das sieht aus, als ob hier Verlaufpotenzial ist in diesem Spiel Übrigens ist es schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal spiele Deswegen, falls ihr bei dem Zusammenhang mal was vergessen habt Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen Okay, hier muss man runterspringen, das heißt Das ist für gewöhnlich Ein Symbol für Ende Okay, ist das hier, soll das grün sein? Ist das irgendwie Magie oder so, oder ist die Lava Verpackt? Das würde mich schon interessieren Wie es da ist Ob ich halt um Drauf, drauf, drauf Und ja Das hat jetzt nicht so geklappt mit dem Wegrollen Wie ich dachte, ich wollte ein bisschen wegrollen Weil mir die Stelle hier nicht so gefällt Die Decke ist ein bisschen, naja Niedrig für meinen Geschmack Wenn wir ein bisschen essen Jetzt hauen wir da drauf Mit Power Bam Ja Er Bist du Lava oder kann ich in dich rein? Vermutlich, auch wenn es keine Lava ist, kann ich nicht reinspringen Also lassen wir es lieber Lieber einmal zu wenig in die Lava hüpfen Als einmal zu viel, wie ich immer sage Das sagt natürlich keiner, das ist komplett Schwachsinn Aber, ja Ich labere halt auch mal Schwachsinn Das ist irgendwie Teil der Jobbeschreibung Okay, aber es sieht erstmal aus Als ob ich in die richtige Richtung gehe, ungefähr So, hier kommt man weiter Glaube ich Dunkeles Erz kriegen wir auf jeden Fall hier Okay, wir kommen hier nicht weiter Das war die falsche Richtung Ops Ich hab's drüber geschafft No risk, no fun Wie geht das von nicht weiter? Dann gehen wir jetzt hier lang Aber kam ich hier nicht her? Wo kommen die Gegner her? Bin ich blöd? Vermutlich bin ich blöd und bin ganz woanders hergekommen Wenn sie So ein Verderbnis Ding Ja, ist, wenn es zu schmerz ist Wie kam ich auf Verderbnis? Welches Spiel ist Verderbnis? Ach, Verderbnis ist New World Gott, hab ich lange kein New World mehr gespielt So, wir essen Heilen uns kurz hoch Dann, auch da Du haum, ja bitte So Haben wir die hier auch Nehmen wir einmal eine Bandage So Dieses Schmerz-Essenz-Zeug Was auch immer das genau bewirkt Ich weiß es nicht Na, gehen wir weiter Ich hoffe halt Ich find bald diese Stadt Die von den Dämonen beherrscht wird Äh, wo wir hin sollen Und Da können wir dann hoffentlich Oh Gott Zwei von den Golems Ich krieg Ich krieg Ich krieg Ich krieg Ich krieg einen Stapel Wagen Brenn ich Ja, ich brenne Das ist super Geh mal ein bisschen Was macht eigentlich mein Wohl Okay, der macht jetzt nicht so viel Damage Wie ich gern hätte Na gut, den macht ja auch 0 Damage Wenn ich zu weit runtergehe Ob unter ein Viertel Spam ich Heilung Bin unter ein Viertel Ich spamm Heilung Ich mach mir erstmal hier das Fußvolk weg Die Golems Find ich sind halt Scheiß Gegner Spieltechnisch Ich hab einen Schlüssel erhalten Nicht, weil sie zu schwer sind Sondern Weil sie zu lange brauchen Sie sind relativ leicht zu besiegen Aber es dauert halt ewig Es ist eine 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 Lücken Es ist eine Lücken Es ist ein Golem So, sie sind nicht schwer Sie brauchen eine Zeit Das finde ich jetzt In Videospielen Gegner mal schlimmer so Intelligente Gegner Kein Problem Gegner die ordentlich Damage ausfallen Kein Problem Aber wenn sie zu viel Aushalten Problem Was die Kurieren wir Die paar Erfahrungsfunkte Ist mir nicht wert Wir haben Schlüssel erhalten Das heißt Wir kommen vermutlich Irgendwo raus Gucken wir mal Das da hinten Sieht vielversprechend aus Oh, hier gibt's Erze Kann ich doch nicht Nein sagen Hier sieht sogar aus Ob da noch eine Rubin Oder so drin ist Das ist irgendwas Rotes Okay War kein Rubin Wir haben mal besser Zählen Du Ab Hi Habt ihr hier den Schlüssel Oh Super Magia Okay Irgendwo wird ein Schlüssel sein Wir rennen hier jetzt einfach Ich hab grad gar keinen Bock Auf die Golems Bin ich ehrlich So, ich weiß Alle Erfahrungspunkte mitnehmen Und so Aber ich hab null Bock Auf die Golems Hier geht's schon mal nicht weiter Mal kurz gucken Merktechnisch Wir kamen von Gute Frage Hier ist vermutlich die Stadt Irgendwo Das heißt nicht Wir kamen von hier Da ist Hier hin zurück Oder Ich bin hier durch die falsche Richtung Im Turm Das wär auch möglich Oh Gott Beim Turm gab's zwei Ausgänge Wusste ich nicht Ich hoffe Wir haben mich letztes Mal Nicht an die falsche Kreuzung gestellt Bin dann heute falsch gelaufen Das wär natürlich richtig belastend Das könnte Probleme bereiten Aber gut Aber gut Ist das in die richtige Richtung Ja Dann hier diesmal links lang Ist das korrekt? Ja Und da ist auch eine Tür Oder so Perfekt Rüssel entfernt So Dann kommen wir jetzt wohl zur Stadt Oh Ich bin so aufgeregt Stadt sehen Ob es da auch nette Menschen gibt Oder Der meinte halt irgendwie Das sind Dämon Oder Dämonanhänger Die beherrscht Das würde mich halt schon jucken Okay Hier sind zwei Golems Aber weit genug auseinander Dass sie nicht allzu nervig sind Vielleicht hier nicht Wenn wir jetzt in Ruhe runterkloppen Aber ich sag so Das ist halt wirklich eine Zeit Guck doch mal Wir kloppen hier jetzt schon wieder drauf Er hat uns in der Zeit Nicht einmal getroffen Es ist einfach nur Lückenfüller Äh Oder Zeitfüller Es ist kein Gegner Der mir irgendwas bringt Außer dass er Zeit verschwendet Na komm wieder her Ey Der ist ein bisschen am rumlecken Der der weiter weg ist Das ist jetzt auch nicht so optimal Oh Du wirfst jetzt nicht mit dem Steinchen Du wirfst scheiße mit dem Steinchen Lern zielen Das lief nicht so gut Wenn die Wegrollen Dann hatte ich auch gerade vorher Die Berserker unaktiviert Da war der Sinn hinter eigentlich Dass ich mehr Damage mach So Und auch da So Haben wir den gestuckt Und kaputt gehauen Nachdem dann halt auch noch Irgendwo sein Da ist er Hallo Boy Willst du mein Freund sein Mein Freund sein Bam 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 So So Wir haben den auch gleich klein Oh Und er konnte nicht mal So einen Angriff machen Weil wir ihn vorher gestackt haben Und irgendwie rein Ne das ist Da kurz Das sah aus wie eine Tür Aber ne Ich dachte da könnte man Irgendwas ablooten Zieht mal kurz hoch heilen Wäre gar nicht drauf geachtet Auf mein Leben So jetzt haben wir Schon über 10 Minuten Hier in dieser Grupp verschwendet Ah das hier schreit Nach vielen Gegnern Aber kein Golem Ich bin happy Okay hier ist auch kein Gegner Ist hier eine Truhe Nein Und hier tun Hier ist ein Gegner Oh Gott Magier Gar kein Bock Bei denen weg Okay zwei Magier sogar Auch der ist Duck Der schießt Hat mich sogar getroffen Uhu Kann ich dich hier mit umwerfen Tatsache Es geht So Nehmen wir alles mit Und die Dinger bringen So viel wie so ein Golem An Erfahrungspunkt Wenn ich mich grad nicht verguckt hab Ist ja ätzend Dass hier keine Truhe rumsteht Die ich sehe Finde ich Belastend Naja Irgendwelche Kultstellen Für diese Dämonenweiber Aber was soll denn das Das hier von da hinten Auf mich schießt Das ist ja dreist Das finde ich dreist Bin ich ehrlich Das finde ich dreist Okay hier rechts Ist so ein kleiner Nebengang Den gucken wir uns auch erstmal an Brauchen wir dann links Da gehen Spielstand erstellt Was haben wir hier Hier haben wir erstmal Gegner Priester des Feuers Ja super Und zum Player Noch einpacken Okay aber die machen grad nicht so viel Damage Wie Magier üblicherweise machen Das ist nice Dann können wir die nämlich hier schön weghauen Nihallo Hallöle Hier ist noch einer Lass dich von mir ein bisschen wegorgeln Mein Freund Die Folge kann ich nennen Ich hasse Golems oder so Das überlege ich mir jetzt immer schon beim Aufnehmen Weil ich nach dem Aufnehmen dann im Kopf hab Ah ja Stimmt so wolltest du die nennen Deswegen denke ich immer schon währenddessen drüber nach Weil danach die ganze Folge angucken Ist immer ein extremer Zeitaufwand Hier ist ja mal gar nichts interessantes gewesen Ich dachte hier gibt's irgendwas krasses Wir gehen mal weiter Aber ja es gab ein paar Erfahrungspunkte immerhin Ich glaube wie lang kamen wir nicht Sondern wie lang müssen wir Ja hier lang müssen wir Weil hier ist noch ein Gegner Geschwärzter Geschwärzter Händler Was für Händler Hänker Ich wusste dass es ein Hänker ist Warum hab ich trotzdem Händler sagen wollen Das ist skurril Oh komm schon Geh weg mit deinem scheiß Schuttsschild Uhu Oh scheiße Der brennt mich echt runter Aber ich nehm gleich ne scheiß Bandage Ich seh's Nicht ein Dafür mein Essen zu verschwenden Oder den krassen Trank Nice So Ich will halt zu dieser blöden Stadt Langsam Ich will diese Stadt entdecken Mal ein Tränkchen Warum sind die eigentlich mal in den Katakomben Tränke Hier sind die die mich rum beschossen haben Die Arschlöcher Könntest du dein Scheißschild wegnehmen Danke Auf da Bam 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 So Oh es gibt bei uns Mittagsessen Dann geh ich nach der Aufnahme hier mal essen Und mach ne kleine Pause Was ja gut ist Weil die Aufnahme genau jetzt ihre Zeit voll hat Dann gucken wir uns diesen interessanten großen Raum Beim nächsten Mal Ich sehe schon so ein flatter Vibe Das sehen wir beim nächsten Mal Danke für eure Aufmerksamkeit Lasst gerne Feedback Kommentar Like Abo da Ihr wisst alles Ciao Ciao Ich sehe schon so Vielen Dank.